Hi ihr Lieben! So, zweites Türchen. Ich freue mich. Ja, ich fange heute mal mit der Tanja an. Leg das mal eben zur Seite hier. Ja, hier wieder super schön gestaltet. Ich weiß nicht, ob der Sticker hier eigentlich drauf gehört. Der flog irgendwo herum. Ich habe den jetzt einfach mal hier drauf geklebt. Jo, hier ist ein nächster Schneemann. Da. Da 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 da. Schneemann. Schneemann. Okay. Keine Ahnung, was da drin sein könnte. Ich weiß es nicht, aber wir gucken mal rein. Und hier haben wir auch noch so einen schönen Schüttelsticker. Die sind echt toll. Da habe ich jetzt auch vor kurzem was mitgemacht mit diesen Stickern. Oh, komm mal rein. Oh, was ist das denn? Das sind Sticker, ne? Ach, das sind so hier Diamantensticker. Die habe ich ja auch noch nie gesehen. Puffy-Sticker, Puffy-Sticker, wie auch immer. Ne? Kann man schön rumdrücken. Drück, 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 drück. Achja, von Wulwerfsch. Wulwerfsch. Wisst ihr Bescheid? Wulwerfsch. Oh Gott. Von Wulwerf. Meine Güte. Ja, Tanja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir gefällt mein zweites Türchen auch. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da reingepackt habe. Ich weiß zwar allgemein, was ich reingepackt habe, aber ich weiß nicht, was wann. Keine Ahnung. Ja, liebe Tanja, vielen, vielen lieben Dank für die Sticker. Ja. Tue ich mal eben hier so zur Seite. Und dann öffnen wir mal das zweite Türchen von der lieben Steffi. Hier kippt hoch. Okay, das geht schon ab. Hier kippt noch ein Sticker. Diesmal ein berotes Geschenkpapier. Ich tue mal die zwei da hin. Da habe ich auch keine Ahnung, was das sein könnte. Aber wir werden es jetzt herausfinden. Oh Gott. Ich bin heute irgendwie total müde, wo ich genug geschlafen habe. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie werde ich heute nicht richtig wach. Aber gut, bei uns ist es auch stockdunkel. Was ich ja eigentlich mag, ne. Aber, naja. Bringt ja nichts, wenn man nicht richtig wach wird. Oh, was ist denn hier los? Ui, ui, ui. Komm schon. Oh. Ach, das ist hier noch festgeknüpt. Ja gut, dann ist es kein Wunder, wenn ich das hier zerstöre. So ist hier alles raus. Ja. Meine Liebe, es ist aber ziemlich viel, ne. Fürs zweite Türchen hier. Guck mal. Ach, die schwarzen Sticker. Das sind ja die vom Action. Die Teile hier sind übrigens sehr schön. Sind das Stanzteile oder sind das Sticker? Schon so fertige Sticker vielleicht. Das ist aber echt hübsch. Ja, die hier kann man natürlich immer brauchen. Na, gar keine Frage. Obwohl ich diese hier bisher noch nicht verwendet habe. Aber vielleicht kommt das noch. Dankeschön. Und dann haben wir... Huch, was ist das denn? Smile. Haha. Die habe ich ja auch noch nie gesehen, die Sticker. Wo die Fratzen hier. Ja, kann man natürlich irgendwie mal immer irgendwo draufpacken. Hieschen. Ach, da hast du ja noch sogar noch so eine Verpackung so gemacht. Süß. Dankeschön. Oh, Sticker, Sticker, ne. Und hier sehe ich etwas. Huch. Was ist das? Das ist das. Chipboards. Achso, das muss ich hier rausfriemeln. Achso, jetzt verstehe ich das. Kann man das ja vielleicht auch noch anmalen? Boah. Was steht da? Scraping. Was? Ich versuch's gar nicht zu lesen. Scraping. Das ist ja interessant. Hab ich noch nie gesehen. Kenn ich gar nicht. Und so ein Gruselbaum. Krass. Ja, das friemelt man sich hier raus, ne. Weil wegen Chipboards halt. Ne. Die haben wir noch. Oh, schön. Ach, die Spinne. Guck, ganz irre. Na, so wie ich heute Morgen. Ein Skelett. Hexer. Cool. Was ist denn das denn nur her? Das ist ja cool. Und hier hängt noch so wieder so ein schönes Blatt mit Glöckchen. Ich hatte mich schon gewundert, was da so klingelt. Ich habe schon eine Schleife. Dankeschön. Das ist ja cool. Ich hoffe, du hast da auch noch irgendwie was von. Voll cool. Hab ich noch nie gesehen. Oh. Oh. Küppis. Oh. Ich hatte ja schon mal welche von dir bekommen. Da war ich aber bisher zu geizig, die zu benutzen. Oh, da sind wir wieder. Ach, hier ist wieder die mit dem Ballon, der immer umknickt. Oh, schön. Oh. Die sieht ja sogar... Die sieht ja sogar auch richtig nur original aus. So von den Farben her auch. Den schwarzen Haaren. Voll toll. Da habe ich jetzt auch so Standschablonen von dir bekommen. Kann ich mir auch eine Püppi zusammenbasteln. Schön. Ja, gefällt mir richtig gut. Vor allem bei diesen Kleidern und die Strümpfe, da kann man ja auch dann ein schönes buntes Papier auch benutzen. Oder weniger buntes. Finde ich echt cool. Sehr süß. Ja, ich finde die echt klasse. Oh. Ja, das ist wieder was für mich, ne? Rote Haare. Ich weiß auch nicht. Ich mag rote Haare. Oh, voll schön. Oh. Hübsch, hübsch. Boah, die lange Haare. Und diese hier. Auch süß. Oh, niedlich. Dankeschön, Steffi. Du hast ein bisschen übertrieben. Aber gut. Ach, Mensch. Ja, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank für das schöne zweite Türchen. Ich freue mich. Ja, und ich bin natürlich dann gespannt, was ihr dann zu meinem zweiten Türchen sagt. Und ja, was sich da morgen im dritten Türchen befindet. Hihi. Es macht so Spaß. Und ich hoffe euch auch. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Video. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.